Ich habe hier Jodel rausgesucht und das war nicht wirklich einfach, weil irgendwie sind alle Leute auf dieser Plattform komplett humorbehindert, aber das passt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit einem schönen Reib. Dafür bitte einmal Gedichtsstimmung. Grenzendicht, Regal näher. Willkommen in der DED. Seht ihr gut? So, by the way, seht ihr gut? Hört ihr gut? Ist alles gut? Stolz in Deutsche zu sein oder an alle Angolianer oder Angolen, die stolz darauf sind, aus Angolien zu kommen. Digga, dieses Bild, was ist das? Was ist das? Alter, Hilfe. Hilfe. Das husten in Menschenmengen ist das neue Arabisch-Sprechen. Da gebe ich ihm recht, vor allen Dingen, wenn man dann noch asiatisch aussieht. Also, ich halt nicht, aber so andere, gewisse andere Menschen. Flughäfen? Macht ja gar keinen Sinn, weil Flughäfen sind im Moment so. Gibt es schon? Ey, okay, das ist... Gibt es schon einen Mundschutz von Gucci? Ich glaube nicht, aber von Supreme. Und von Bona und von Off-White und von Babe. Der von Babe ist ganz cool eigentlich. Und einen Mundschutz von Gucci. Ich möchte schließlich auch während einer Pandemie... Ah, Justin hat sich verpisst, er möchte dein neues Video nicht sehen. Kevin, das freut mich natürlich für dich. ... dass die anderen Menschen wissen, dass ich mehr Geld habe als sie. Flüss! ... Hamsterkäufe jetzt auch online erledigen. Da schneide ich raus, guck Netflix. Ey, das ist... das war ein bester Moment. Sorry, Netflix und chill. Yo, XT, ähm, Max. Ey, bester Moment, das ist so geil. Dazu muss man sagen, seine Sis ist wirklich seine richtige Sis. Nicht mal Steps Sis oder so. Es ist wirklich seine biologische Schwester. Max, das Seed bringt er mich um. Zehner, wenn der jetzt gleich kommt. Ihhh, da hat mir echt jemand Scheiße geschickt. Also, was? Kevin, das war der perfekte Moment. Und du baust es einfach nicht ein? Höh! Was? Ich check's nicht. Manchmal enden Sätze anders als man abfüllen. Ach komm, Alter, verpiss dich doch. Uff, hab ich vergessen. Ach, Kevin, Alter, es ist einfach der perfekte Moment. Und dann machst du es nicht. Was ist mit dir? Nee, dann sehen wir uns wieder, wenn es nach der Quarantäne wieder heißt. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste... Ich glaub, ich geb mir einen schönen Kebab. So einen schönen Köfterspieß, weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Einen Köfterspieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Habal, gib mir einfach nur einen Köfterspieß. Dazu einen schönen frischen Ei dann aus dieser Maschine, weißt du? Wo man ja selber so all you can drink mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauch ein Handy, Mann. Ich brauch ein Handy. Was ist das mit dem Typen, Alter? Insta. Ah, genau. Verfolgt Gavinas auf YouTube. Das ist das mit dem Typen, Alter.